Und dann hatte ich die Vorstellung, jemand klopft an meine Tür. Ich mache auf, eine Gruppe Afrikaner steht da, mit alten Tüchern bekleidet, und ich deute, ihnen hereinzukommen. Und als ich mich umdrehen will, höre ich ein Kratzen an der Türe, so leise, dass ich es fast überhört habe. Aber ich öffne, eine Mutter mit einem Baby im Arm. Woher sie kam? Sie stand einfach da, vor meiner Tür, mit fragenden Augen. Ich winke sie herein. Gleich danach klopft es schon wieder. Kleine Kinder, barfuß, sehen mich fragend an, und ich bitte sie herein. Und es werden mehr, immer mehr, mein kleines Heim müsste zum Bärsten voll sein. Und da, in dem Moment, wird mir klar, es geht gar nicht um mein Haus oder um mein Boot, das voll werden könnte, sondern einfach nur um mein Herz. Solange ich es offen halte, wird es größer. Und wenn viele Menschen ihr Herz offen halten, können wir gemeinsam Wunder wirken.